Hallihalloallöchen meine Lieben, Willkommen auf dem Rogue Gaming Project. Das hier ist eins unserer neuen Wahlprojekte, nämlich Borderlands 2. Nicht wahr, Cyrus? So sieht's aus, lieber STB. Hohoho, okay, ich dachte was wir machen. So, aber ja, wir haben uns gedacht, geiles Spiel. Kommen wir mal ein bisschen mit euch für euch dadlen. Das gehört lustig werden. Umschweife werden wir einfach mal loslegen. Ich werde mal den New Game verwenden. So, you want to hear another story, huh? Ah, one where the very fate of Pandora hangs in the valleys. If not, too bad, I'm telling you anyway. First, there was the Vault. An alien prison, opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the Vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands, certain that the Vault held no treasure at all. They were wrong. The Vault's opening triggered the growth of Iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine Iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater Vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the Borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next Vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers, others call them fools, but I call them Vault Hunters. Our story begins with them, and with a man named Handsome Jack. Papa! Jaaa. Und zugleich folgt das alte Indon. Wufi, ist duskig. Wufi, geht's gar nicht gut. naja, ist nur ein bisschen heiß so viel geht es gleich noch schlechter headnut naja, aufgedrehtes Böschlein jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr ich bin die Musiker zu hüppisch ja hey, er lebt noch ah ah nicht mehr ja die Grenzländer zwei zwei nicht persönlich zwei 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 drei und raus zwei 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 drei zwei captiv zwei zwei アッ ヌーノ Es ist lustig, dass ihr alle denken, dass ihr die Heroin dieser kleinen Abenteuer ist, aber ihr seid nicht Willkommen zu Pandora, Kinders! Wir kommen hoch, das ist doch schick Ja, ne? So, und jetzt können wir uns einen Charakter ausruhen Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ich bleib dabei, ich nehm den Psycho Wir sind aus dem Psycho Creek? Ja Warum geht jetzt auf einmal mein Borderlands auf? Weil ich Creek nicht habe So Möchtest du ihn kaufen? Genau Spiele ich mal eine Zero Die ohne Nahkampfschlampe die Dann wäre zwei Nahkämpfer Oh yeah Oder ich spiele Schwer die Wahl ist Ja, ich glaube ich nehme den hier Du hast noch 30 Sekunden Oh mein Gott Unglaublich, dieser Stress Ja Oh mein Gott, 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 oh Das ist meine Freunde. Ich bin ein C-L-4-P-T-P-Stewart-Bot, aber meine Freunde kenne mich Klacktrap. Oder sie würden, wenn sie noch immer noch alive wären. Oder es existierte in der ersten Zeit. Oh, ich habe etwas für dich. Hier, nehmen diesen Echo-Communikator, den ich total nicht von einem dieser Korpsen verloren habe. Es kommt mit einem Klack-12-Heads-Up-Display, komplett mit einem Minimap. Jetzt, komm komm, Freunde. Wir holen dich in. Mann, das ist großartig. Oh, 45 Minuten, die Kieserwäder wird. So, Mann, ne? Auf geht's. Sie hilft uns, ist ja nett. Die heiße Frauen, Mann. Toller Himmel. Ich schieße jetzt mal Klackjack in den Arsch geschossen. Ja. Ja. Es scheint hier eine Minimals-Voraussetzung zu sein. Ja. 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 Es ist ja gemütlich hier. Ja, ne? Vor allem so viele tote Klaptraps. Und der Hof in der Mitte? Und dann drüber ein Loch. Ich sage es auch. Die Feuerwehr werden uns für die Leute über die Vögel in der Mitte. Ich bin eigentlich ziemlich impover. Jetzt, die Kieser rundherum hier sind gefährlich. Nicht mehr als der Bulli-Mong der Knuckle-Tracker Die seiner Mäufer ablust alle in denen. Ja. Ich stehe auf! In anywho, ich stehe ein Pistole in der Kapitänin, um zu emergenenzen. Aber hier sollten wir ziemlich sicher sein. Ein tolles Objektiv. Ein tolles Objektiv, das nehmen wir mal mit. Hier haben wir schon mal das Symbol hier entweckt. Wollsymbol. Hier reinkommen. Wollsymbol. Durch die Tür. Rechts lang. Anzuschrauben. Und angrabbeln. Und wer noch einen heißen Claptrap sehen will, kann der Wollsy hier reinschauen. Ah, an der Wand. Überm Klo. So weit oben. Poster, Mann. Ach so, das ist ein Poster. Ach so, ja, das ist ja nichts Neues. Ach, hier drüben sind ja auch noch drei. Jaaa. Ach so, Pin-Op-Claps. Ach, Wahnsinn. So, Alter geht's. Hier ist ein bisschen Heilung für dich. Oh, okay. Klingt doch nach nem Plan. Ah. Ach so, ich muss hier Munition einsammeln. Jaaa. Jaaa. Bulimung jagen. Jaaa. 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 Ich hab die Jagd eingeläutet. Jaaa. Ich muss mal kurz... Doch ein bisschen laut ist. Ach. Ah. Ah. So. Weiter kann es gehen. Was wird schon wieder gemacht? Das ist der erste Kniff, den verwartest du von dir Nehmen wir mal auch das Ich bin hier Ja, ja, gut, nein, nicht gut Nein, 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 nein Ja, er ist funny Ja Er ist aber runtergefahren Oh, Mann Schaffst du schon, dass man das jetzt getan hat? Ja, Bulli-Monks Die tun einem immer was Kann man sich irgendwie rausziehen? Ne, ich glaub Mission heißt verteidige Claptrap Okay, da Jetzt Freund, Freund, freundi a la freunde Zack hier, Präsident von Hyperion Lass mich erklären, wie die Dinge hier funktionieren Wenn Valthunter rauskommt Valthunter schaut, Valthunter schaut Valthunter getötet 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 Die sind halt Voll über Hey, da ist er ja Mit vollen Halsketten Voll Halsketten Von der Hörg Wird ein bisschen schlecht gelaufen sein Komm da her Komm mit mir, Bro Komm mit mir, Bro Wir kommen aus den Walspinkern Ding Was wäre gesagt, sie kommen aus den Wandanussen Keine Ahnung Wand war drüber Das zweite war äußerst nicht Yeah, Level Up Wir sind zwei Revolvenwehr Dann nehme ich den hier Der ist sogar besser Optik-Surgery ist Bestplatte-Professional Bipel-Handler in Leersburg kann mich auf Alon-C Oh, das ist schon mal eine Handfahrer, warum ich die habe Von der Missionserfüllung ganz am Anfang Nachdem Clapp-Traps Auge Entführt worden ist Okay, cool Okay, cool Intruders detected Locken die Tür Ja, so ohne Auge Vielleicht wenn das ein Iris-Scan macht Tolle Wurst Well, it was nice knowing you I am getting eaten alive by Bullybox Isn't such a bad way to go Let me get that for you Executing phase shift So ne kleine Hackerin Na ja You're welcome Perks of being an artificial intelligence I'm networked into almost everything on this planet It's a long way to Sanctuary Please take whatever you need for the journey ahead Bill LSA, or what? Uh, Schotflinte Schotflinte Let me know when you're ready to go Yeah You always stay close to me Meistens immer Meistens dann ja Money So, und dir würde ich sagen Machen wir doch erstmal Dann ne Pause machen wir Wir müssen mal weiter, wa? Passt du was hier getrunken, oder? Was ist die los? Mmmmm Nö Wir freuen uns noch weiter folgen Ich werde uns auf jeden Fall noch weiter Ich bin ja so springend mein Herren Ja, genau Lasst uns einfach wieder ein Comment Oder ein... Wie heißt das andere Ding nochmal? Daumen Daumen Lasst uns euren Daumen da Genau Und Schaut uns bald wieder Genau Das ist eine schöne Zusammenfassung Ja In diesem Sinne Möge ich den Macht mit euch sein Tschö Ja 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 Ja